So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, im letzten Teil haben wir die Mission mit dem Asteroid X57 beendet, der gedroht hat auf einen Planeten zu stürzen und ihn fast komplett auszulöschen. Das haben wir natürlich so geil wie wir sind abgewendet. Und ja, ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen länger her, ich glaube ich habe offscreen nach dem letzten Teil die Waffen und Ausrüstung neu verteilt, aber wir wollten bevor wir weitergehen jetzt auch nochmal mit den Leuten quatschen, weil das ja so eine Hauptmission war quasi. Und ja, die vielleicht was Neues zu erzählen haben. Ich glaube, der Nazi hier hat, glaube ich, nichts Neues. Ja, bitte, Commander. Nee. Gute Arbeit. Jawohl, Sir. Da hätte man das gleiche zu labern. Dann gehen wir mal zu unserem Piloten Joker und gucken mal, ob er irgendwas Interessantes zu diesem ganzen Thema beizutragen hat. Joker? Commander, etwa noch eine Frage? Äh, hm. Anscheinend nicht, obwohl man kann, glaube ich, nach der letzten Mission fragen. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Sie wollen mich als Piloten. Warum war ich wohl der Bestellende Flugakademie? Das kennen wir schon alles. Blablabla, ja, er ist krank. Blablabla, tschö. Okay. Ja. Zur Erinnerung, er hat ja diese Glasknochenkrankheit. Das heißt, er kann sich nicht so wirklich toll bewegen und wenn er hinfällt, bricht er sich direkt alles. Im Prinzip. Aber dafür ist er der beste Pilot. Das sagt uns, was sagt uns das? Gib niemals deine Träume auf, egal wie schwer es auch ist. Gott, das wird dir total melancholisch. Hat in der Kai dann irgendwas Neues zu labern? Brauchen Sie was, Commander? Sag mal was zur letzten Mission. Was denken Sie über die letzte Mission? Die Ermordung von Sarens? Was war Benesia eigentlich? Aber ich bin mir sicher, dass sich Dr. Zoni elend fühlen muss. Wir reden ein anderer Wahl. Seht ihr mal, ich glaube, das lohnt sich nicht, mit denen zu labern. Die letzte Mission gilt für die immer noch, mit der Rachni-Königin und mit der Mutter von Liara. Ich gehe nur noch mal gucken, ob die Ashley vielleicht irgendwas Neues zu erzählen hat, weil die wollen wir immer noch klar machen. Und ja, wenn das nicht ist, dann fliegen wir einfach weiter. Deswegen, ich glaube, das ist auch eher mehr so eine, keine richtige Hauptmission gewesen, sondern eine etwas größere Nebenmission, diese Asteroid. Und nach Nebenmissionen haben die Leute sowieso nie was zu erzählen. So. Ja. Ich meine, ich habe auch dann offscreen alles hier verkauft, was wir nicht mehr brauchen. Und habe auch überall neue Waffen und sowas angelegt. Ich glaube, darum habe ich mich schon gekümmert. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Ich dachte, Sie wären bei... Wie war doch gleich Ihr Name? Zoni? Aha. Ist da jemand eifersüchtig? Hatten wir dieses Gespräch schon? Ich weiß es nicht. Ich frage mal, warum. Liara. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Laut der Gerüchteküche stehen Sie auf Sie. Ich kann mir auch denken, warum. Aufgrund der Vorschriften in Bezug auf die Verbrüderung fällt die Crew ja wohl flach. Und sie sieht zumindest aus wie eine Frau. Naja, du siehst jetzt auch nicht gerade aus wie ein Mann. Denken Sie, ich würde mich nur viele Jahre interessieren, weil sie die einzige ist, mit der ich mich treffen darf? Sie sind also an ihr interessiert. Natürlich, das ist doch alles Politik. Die Tochter einer Alien-Diplomatin. Haben wir jetzt den Befehl, uns mit den Käferaugenmonstern anzufreunden? Wie dem auch sei, wollen wir was trinken? Es gibt einen besonderen Anlass. Äh, okay. Was für ein Anlass? Äh, aber ich sage einfach mal sicher. Nach allem, was wir in letzter Zeit durchgemacht haben. Aber klar doch. Ich habe nur genug, um auf den Tag anzustoßen, nicht um den Käpt'n betrunken zu machen. Heute ist Gedenktag. Das Ende des Erstkontaktkrieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer. Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Ah, das ist aber nett. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? Äh, was genau denn? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich bin General Williams' Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shang-Chi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Ah, daher kommt vielleicht diese Ableigung gegenüber den ganzen Aliens. Erzähl mir nicht, dass du dafür die Schuld kriegst. Offiziell nicht. Mein Vater wurde ständig bei den Beförderungen übergangen. Und ich würde auch für mehr taugen als für Garnisonsaufenthalte in entlegenen Landwirtschaftskolonien. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebranntmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Ich glaube, dieses Gespräch hatte ich sogar noch nie. Das kommt mir alles gerade so neu vor. Das ist aber interessant. Dann soll sie mal was mehr über ihren Großvater erzählen. Was ist nach dem Krieg aus deinem Großvater geworden? Hat wohl kein einfaches Leben gehabt. Soweit ich weiß, hat dein Großvater lange Zeit standgehalten. Die Turianer zerstörten die Orbitalstationen schon bei der ersten Welle und besetzten die Großstädte. Sie hockten im Orbit und beschossen alles, was sich bewegte. Mein Großvater schickte die Truppen los. Aber als sie in die Städte kamen, um Vorräte zu besorgen, zerstörten die Turianer einen ganzen Häuserblock, nur um eine Einheit zu eliminieren. Es starben viele Zivilisten. Seine Truppen waren am Verhungern. Aber er konnte das Oberkommando der Allianz nicht erreichen. Also gab er die Garnison auf. Das ist aber schon interessant, wenn man jetzt erfährt, dass dieser Erstkontaktkrieg erst 26 Jahre her ist. Das ist ja noch nicht so wirklich lang an der Geschichte der Menschheit. Das heißt, seit 26 Jahren wissen die erst, dass es andere Sorten von Lebensformen in der Galaxie gibt. Das ist, äh, ja. Interessant. Äh, ja, wie können wir denn dabei helfen? Ich hätte das auch selbst rausgefunden. Aber ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Sieh dir an, wer ich bin, Shepard. Hast du je gehört, dass ich um Hilfe gebeten hätte? Es ist nicht so, dass mir nie etwas Schlimmes zustoßen würde. Wenn du lange genug bei mir bleibst, erzähle ich dir vielleicht noch mehr. Aber ich komme allein damit klar. Ich brauche keine Schulter, um mich auszuweiden. Keinen Ritter, der mich rettet. Und keinen Mann, der mich glücklich macht. Das bin ich. Mir gefällt's. Und dir sollte es besser auch gefallen. Und? Bist du immer noch an mir interessiert? Trotz des ganzen Ballastes? Boah, jetzt würde ich aber offen hier. Äh, natürlich. Jeder hat sein eigenes Bündel zu tragen, Ash. Es geht nur darum, ein passendes Paar zu finden. Das ist ja furchtbar. Sag mir bitte, dass du das aus einem Glückskeks hast. Aber sobald wir die Galaxis gerettet haben, kommt die Allianz vielleicht besser klar und beginnt, wie eine echte Regierung zu handeln. Wollen wir hoffen? Ähm, ja. Naja, die Allianz ist schon okay. Ich weiß nicht, ich vertraue diesen ganzen großen Unternehmen nicht. Deswegen nehme ich lieber die mittlere Antwort. Wir sollten lieber damit anfangen. Dann kann ich mich ja auf etwas freuen, wenn all das vorüber ist. Mehr als du denkst. Ich habe das Gefühl, dass die Sache bald überstanden sein wird. Aber mach dir keine Sorgen, Shepard. Ich werde dich beschützen. Na, na, das läuft doch gar nicht so schlecht, oder? Ja. So, äh, ja, hat sie denn sonst noch irgendwas zu erzählen? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Du meinst die Rachni, nicht wahr? Nein, die Rachni haben wir schon. Ja, 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 ist okay. Also, ihr seht, die können trotzdem was Neues erzählen von Zeit zu Zeit. Ähm, muss nicht immer missionsabhängig sein. Hat Rex irgendwas? Nee. Nur wenn die von alleine schon anders anfangen zu labern, so wie jetzt gerade die Ashley, dann kann man das Gespräch ausweiten. Aber, äh, Gareth hat sowieso nie was zu erzählen. Das ist, glaube ich, der, mit dem man sich am wenigsten unterhalten kann. Ich meine, in Teil 2 wird ja, äh, ein Satz von ihm, geboren, der für ewig als, äh, mit dem er ewig verarscht wird. Aber dazu werden wir dazu kommen, wenn's soweit ist. Wir scheinen unsere Mission bald erledigt zu haben, oder, Shepard? Damit meine ich natürlich Saren. Ja. Seht ihr? Die hat zum Beispiel auch was Neues zu erzählen. Äh, ja, natürlich. Saren wird, äh, Saren wird sich nicht länger verstecken können. Dem werden wir schon bald aufgespült haben, den Arsch. Es wird nicht mehr lange dauern. Auf die eine oder andere Weise wird alles bald vorüber sein. Sie werden die Röhre vor ihm finden, Shepard. Ich weiß, dass sie das schaffen werden. Sie müssen es schaffen. Und wenn diese Mission erledigt ist, ich meine Pilgerreise abgeschlossen habe und zurück bei meinem Volk bin, werde ich stolz darauf sein, dabei gewesen zu sein. Du machst ja auch einen guten Job. Ohne sie wären wir nicht so weit gekommen, Tali. Sie haben mich gut behandelt. Quarianer werden oft als Bürger zweiter Klasse angesehen. Alle wollen nur, dass wir zu unserer Flotte zurückkehren und verschwinden. Aber sie haben mich wie alle anderen Crewmitglieder behandelt. Gleichrangig. Das ist etwas Besonderes. Und es zeichnet sie aus, Shepard. Ich möchte ihnen dafür danken, was immer noch geschehen mag. Das ist doch kein Ding. Ich mag die Tali. Tali ist auch so eine der sympathischsten in der Gruppe. Und ich verstehe auch nicht, warum die so behandelt werden. Weil das ist doch eigentlich eine sehr fortschrittliche Rasse. Ja gut, sie haben versehentlich die Gäther erschaffen, die jetzt die Galaxis bedrohen. Aber das kann passieren. Ich werde sie vermissen, wenn sie zu ihren Leuten zurückgehen, Tali. So weit ist es noch nicht. Noch bin ich hier, falls sie mich brauchen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Und davon werden wir auch großen Nutzen machen. Mit der Liara will ich jetzt lieber nicht quatschen. Weil man kann auf jeden Fall mit der auch eine Beziehung eingehen. Und ich habe Angst, dass ich da was Falsches drücke. Und dann versaue ich es mir wieder mit der Ashley. Das kann nämlich schnell passieren. Weil manche Sachen halt nicht ganz eindeutig sind. Im zweiten Teil habe ich mich geärgert. Da gibt es eine Unterhaltung mit einem Crewmitglied. Und dann gibt es die Auswahlmöglichkeit später, ob man zusammen mit ihr duschen will. Und ich saß das erste Mal vor und denke so, Höhö, nicht schlecht. Aber bevor ich das mache, versuche ich sie noch ein bisschen zu beschmeicheln und will eine andere Antwort. Und dann war aber das Gespräch zu Ende. Und ich konnte die Antwort nicht mehr benutzen. Erst später habe ich erfahren, dass diese Person sowieso lesbisch ist und daraus nichts geworden wäre. Aber es hat mich dann am Anfang doch geärgert. Aber egal. So, ja, das haben wir ja mal wieder ein bisschen gesprochen. Der Part ist schon fast wieder rum. Aber wir haben noch genug Zeit, um einen neuen Planeten anzufliegen. Und zwar für ein, zwei Nebenmissionen wieder mal. So, gucken wir doch mal auf die Galaxie-Karte. Gucken wir mal, was wir da jetzt so jetzt haben. Nein, da ist der Asteroid. Den haben wir ja beseitigt. So, im Exodus-Cluster bei Asgard. So, dann dürften wir hier unten, glaube ich, alles fertig haben. Ähm, so, Feroz müssten wir hin und Vermeier. Ah ja, und Noveria. Ähm, ich glaube, das hier haben wir aber alles, oder? Ich bin jetzt mir gerade hier nicht sicher. Doch, Amazon, ja, Amazon haben wir. Da mache ich ja da auch eine Witze drüber. Was haben wir denn hier in den Armstrong-Abel? Haben wir da schon? Ja, und wer könnte das besser sein als wir? Wissen wir denn, was sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln, oder sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Ja, oder Schlimmeres. Es könnte die erste Welle einer Invasion sein. Hoffentlich nicht. Wir brauchen jemanden, der dem nachgeht, Shepard. Saren zu finden, bleibt ihre oberste Priorität. Aber sie haben bereits gegen die Gate gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Gate-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Na gut. Oh Gott, das sind ja vier Systeme hier. Okay. Dann werden wir die einzelnen Systeme mal abgrasen, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Maggi. Oh, da kann man auch direkt drauf landen. Machen wir dann gleich. Gucken wir uns erstmal die anderen Planeten an. Ob man da irgendwo was finden kann. Aber auf Almos ist zum Beispiel nix. Auf Präge. Oh, den kann man erkunden. Thorianische Insignien. Das ist doch schon mal schön. So, oh, das war es auch schon. Das ist ein relativ kleines System. Na gut, dann landen wir mal auf Maggi. Was wissen wir denn über den Planeten? Maggi umkreist die riesigen Wamshi-Binär-Sterne. Wamshi-A ist ein blauer Stern der Spektalklasse A4-1... Ne, 4... Iiii. Oder so. Der etwa halb so heiß ist, wie die Sonne ist. Wamshi-B ist ein alterner roter Riese der Klasse M5... Iiii. Der 220 Mal größer als die Sonne ist. Maggi hat eine dünne Atmosphäre aus Methan und Kohlenstoffmonoxid. Der Temperaturunterschied zwischen der Sonnenab- und der Sonnenzugewandten Seite sorgt für konstante Stürme, durch die Silikat- und Natriumstaubwolken aufgebildet werden. Einige verrohte Bewohner des Terminensystems machen sich bisweilen einen grausamen Spaß darauf, auf Maggi-Paare von Sklaven, Geißeln, unbeliebte Crewmitgliedern oder aus Langeweile Tiere auf der Planetenoberfläche auszusetzen. Boah, das ist aber fies. Diese armen Gestalten müssen dann ihre Leidensgenossen umbringen, bevor sie von der tödlichen Strahlung der Gigantensterne gerettet werden. Ey, so sind Menschen. Also, ich nehme mal, es können auch andere Wesen gewesen sein, die das gemacht haben. Aber ich glaube, es sind eher Menschen. So, wen nehmen wir dann mal mit? Ich weiß gar nicht mehr, wen ich als letztes mit hatte. Den hatte ich auf jeden Fall nicht mit. Ja, komm, dann nehmen wir noch den Wrex mit und die beiden. Das sollte, glaube ich, reichen. So, und dann wären wir auch auf Maggi. Oder Maggi. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ich würde sagen, weil wir jetzt leider keine Zeit mehr haben, fangen wir die Mission im nächsten Teil an und werden wir in diesen roten Planeten erkunden. Ja, und danach geht's weiter. Deswegen war es das erstmal für Mass Effect und bis dann. Ciao!